Wirksame Hausmittel gegen Mundgeruch Mundgeruch lässt sich mit natürlichen Hausmitteln gut selbst behandeln. Empfehlenswert ist eine Mundspülung mit Apfelessig. Verrühren Sie einen Esslöffel naturtrüben Essig in einem Glas Wasser und spülen Sie mit der Mischung etwa 20 Sekunden gründlich den Mund aus. Natürliche Hilfe bietet auch Zitronenwasser. Dafür wird eine Zitrone ausgepresst, mit Wasser vermischt und als Spülung verwendet. Ein aus dem Orient stammendes Hausmittel bei schlechtem Atem sind frische Minzblätter, die einzeln im Mund gelutscht und gekaut werden. Alternativ können Sie einige Blättchen Petersilie kauen, um unangenehme Gerüche zu neutralisieren. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de 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 www.heilpraxis.de